Ich bin gerade in der Ramsau am Dachstein im Urlaub und heute mache ich einen kleinen Vlog von meinem Tag, nämlich fahre ich heute auf die Tödelbahntütte rauf, das ist so ein Berg, da fahren wir rauf und dann werden wir uns dort sehen und ich bin hier gerade mit dem Bus rauf gefahren und bin jetzt gerade bei der Tödelbahntütte und jetzt muss ich da in diese Richtung gehen und dort irgendwo ist dann die Brand ein und dort werde ich mir auch das Leckeres zum Essen holen und ich habe auch gehört, dass man dort runterrodeln kann und dort werde ich auch runterrodeln Leute und ja dann gehe ich jetzt hier mal weiter und schau wie lange es zur Brandalm dauert. Ich bin jetzt von dort oben, ja jetzt schon hier unten und die Brandalm wo ich auch hingehen will ist dort und hier ist ja wo man rutschen kann, was etwas rutschiger ist und ich finde hier nur einfach so sich umzuschauen, die ganzen Berge, ich erkenne jetzt was nichts, weil die Sonne ist so stark draußen und ich habe eine Sonnenbrille, aber ich werde jetzt mal runter gehen und wir sehen uns mal beim Essen. Ich bin jetzt auch schon auf der Brandalm oben und ich habe mir hier so einen guten Kakao zum trinken gestellt und dann bestelle ich mir noch einen Hüttenburger und auf den muss ich dann noch warten. Ich habe jetzt hier gerade meinen Hüttenburger bekommen, der schaut ja sehr groß aus auf jeden Fall und den werde ich jetzt mal essen und nachher werden wir dann noch runterrodeln. Ja, ich war ja gerade auf der Brandalm essen. Jetzt habe ich mir hier diesen Zipfelbop ausgebrockt, weil es gab jetzt keine Rodeln mehr. Jetzt werde ich hier, da diese Strecke runterrodeln. Hilfe! Oh mein Gott Leute, das ist schon sehr schnell, aber es fühlt sich cool an. Ja, und jetzt bin ich da runtergerodelt und werde jetzt hier noch weiter gehen, wieder zu meinem Hotel. Und das war auch schon der Vlog hier von der Brandalm. Heute ist mein Tag und checkt auch gerne dann am Sonntag den ganzen Vlog ab in der Ramsau. So, ja, dann würde ich sagen, haben noch einen schönen Tag und... ... ... ... ... ... ... ... ...